Nein! Nein! Yo, 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 Leute, willkommen zu einer Runde. Click it! Ich hab's mal wieder geschafft, in eine Runde reinzukommen. Das ist ja... Hey, das ist ja wow! Cool, ne? Ich weiß genau das gleiche hab ich mir auch gedacht und dachte mir gleichzeitig dann, boah, ach, boah, boah, ich hänge hier fest, kann man das weg? Ach, nein, okay. Okay, Leute, die Runde ist verloren. Ich hab keine Blöcke bekommen. Nein, natürlich nicht, natürlich holen wir uns die noch locker easy, denn wir haben so viele Blöcke hier noch rumliegen, aber leider sieht man mit dem Texture Pack nicht so gut, was Wollblöcke sind und was nicht, denn mir kommt es so vor, es wären hier super wenige. Ähm, ja, ich hab auf jeden Fall gedacht, yo, lass mal eine Runde Click it spielen, wenn der Server voll wird, das ist ja richtig nice. Ja, die sind echt gut getarnt hier, muss ich sagen, also so leicht zu sehen sind die hier doch dann nicht, also sehr wahrscheinlich werdet ihr die ganze Zeit jetzt irgendwelche Blöcke sehen, die ich übersehe, dafür werde ich aber auch Blöcke sehen, die ihr überseht. Haha! Und ihr werdet vollkommen in den Kommentaren rumflamen und mich kaputt hauen und alles. Deswegen, tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich glaub so 50 oder sowas ist, was man haben sollte. An Punktzahl 35, okay, wir nähern uns. Wir kommen näher. Äh, hallo? 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 Spiel? Funktion... Funktionierst du? Server? Server? Hey! Hey! Server, wach auf! Hallo? 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 Leute? Nein! Nein! So, Leute, es geht weiter. Der Server war einfach mal offline und jetzt ist er wieder online. Natürlich passiert genau mir das in der Aufnahme. Ich mein, wie soll's auch anders sein? Weißt du, der crasht einmal in einem Jahr. Na, okay, vielleicht nicht so untertrieben, aber auf jeden Fall crasht er hier irgendwie super selten und dann genau, genau in der Aufnahme. Bisschen schade, aber nur gut. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder zocken und wir spielen auf dieser einen coolen Map, wo man hier sehr, sehr viele... Ich weiß, da war einer, aber ich brauch jetzt echt... Ich muss jetzt mich echt beeilen und ich muss hier das ganze Land vorher abfarmen, denn das Ding ist einfach, wir spielen hier mit super vielen Leuten und deswegen muss ich mich echt jetzt beeilen. Also ich muss mich hier total sputen. Natürlich will ich den anderen jetzt noch. Auch wenn ich jetzt mein komplettes Feld voll machen kann, beziehungsweise auswählen kann, muss ich den anderen doch die ganzen Blöcke hier wegnehmen. So, 100 Sekunden haben wir noch, das heißt 40 Sekunden sind noch easy. Was machst du denn? Der schlägt die einfach kaputt. Anstatt rechtsklick mal auszuprobieren, schlägt der da erstmal wie doof drauf. Ich mein, okay, wahrscheinlich zerstört er die alle. Wahrscheinlich baut er die alle ab und zerstört die deswegen. So, und ich würde sagen, da unten ist einer, wir holen jetzt erstmal die ganzen Sachen, mal gucken, was wir so bekommen. Ja, eine Iron Chestplate, das ist schon mal, oh mein Gott, Alter. Okay, Leute, es geht gerade richtig gut los. Also muss ich einfach jetzt mal so sagen. Ah, okay, die Items waren am Anfang ziemlich gut, aber danach hat es ein bisschen losgelassen, beziehungsweise ein bisschen aufgehört, gut zu sein. Da hinten rennt einer. So, jetzt würde ich gerne doch wirklich mir ein passeres Schwert holen. Ich glaube, der hat gar nichts. Der holt sich, der zieht sich ja die jetzt raus. Und bevor der irgendwelche Sachen rauszieht, kann ich den auf jeden Fall töten. Und vielleicht auch noch, ja, vielleicht auch noch sein Schwert holen. Er hat zwei Hits abbekommen. Was hat er da in der Hand? So, Confusion drin, was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt wird er aber hier hängen bleiben. Ja, noch ein Hit bekommen. Ähm, super, super, super. Ähm, wir haben zwei Level. Entschaden könnte ich. Dann würde auf jeden Fall unser Schwert auf jeden Fall mal besser aussehen. Würde ich vielleicht dann auch mal vorschlagen. Kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Okay, scheiße. Sackgasse. Na toll. So, uiuiui. Es leben nicht mehr ganz so viele. Sehr, sehr viele sind auf dem Weg gestorben. Oh Gott. So brutal das Leben hier draußen. Also, irgendwie weiß ich gerade nicht, was hier los ist. Weil ich den nicht finde, den, den Kacktisch. Er ist er auch nicht, aber da hinten habe ich einen Namen gesehen. Oder, ja. Nein, da renne ich auch noch, wie soll ich, ja, rein. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ähm, irgendwo hatten wir Wasser. Ja. Okay, das hat ja viel gebracht. Also, muss ich sagen. So, oh yeah. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Habt ihr die Combo gesehen? Also, das muss ich mal echt sagen. Also, das war ein bisschen sehr schön. Holy shit, ey. So, und dann gehen wir mal auf Jagd, denn... Wow. Es leben noch sehr, sehr viele. Das ist nicht so cool. So. Ja. Lang. Da unten ist er. Okay, dann... Oh, dann erschrecke ich den mal. Ähm... Okay. Bitte kein Sch... Ah, scheiße. Okay, da unten rennt er. So. Ja, er hat auch nur eine Spitzhacke, beziehungsweise scheiße. Das ist... Gar nicht gut, denn die tut scheiße weh. Und... Schnell... Das reinhauen. Mein Herz klopft sowas von. Ich hab immer noch keine Schuhe. Wir haben irgendwie alle keine Schuhe bekommen. Kann das sein? Irgendwie lustig. Keine Ahnung. Ähm... Ja, aber sonst haben wir echt nichts. Gut, dann werde ich ihn mal eben kurz heilen. Ähm... Mal das hier so anordnen. Dann können wir hier... Ah, ne. Wir können auch Confusion hin tun. Ich weiß echt nicht, was Confusion macht. Aber... Ach so. Warte mal. Mal eben kurz gucken, ob... Ja, 5 Damage. Dann sollten wir lieber hier die Pickaxe mal nehmen. Okay, der sollte jetzt irgendwo hier sein. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendwo hier sneakt oder sowas. Und mich gleich volle Kanne erschreckt. Hier ist er nicht drin. Oh Gott, Leute. Bitte hab keine guten Sachen. Bitte sei jetzt nicht vollkommen OP oder so. Wo ist denn der? Irgendwo hier unten sollte er sein. Da ist er. Ah, da haben wir ihn. So. Warum wartest du so lang? Hat das einen Grund? So, warte mal. Anscheinend haben wir die gleichen Sachen. Dann ist das Spiel ja zumindest relativ gebalanced. So, jetzt rennt er hoch. Und jetzt haben wir schon mal den ersten Hit da raufgehauen. Da holt er sich aber direkt eine. Oh Gott. Ja, nice. Okay. Oh, Hilfe ist das schwindelig hier. Uh. Oh Gott. Ah, Leute, Leute, Leute. Okay, Leute. Das war's mit ClickIt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben die letzte Runde dann nochmal schön gewonnen. Leider Server-Crash. Aber ich mein, kann man ja leider nichts gegen tun. Ich mein, ich glaub, ich hab den Server einfach gecrasht. Wisst ihr, ich hab ne Aufnahme gemacht. Und dann ist der Server einfach gecrasht. Einfach wegen mir. Oder die haben gesehen, Oh, DJ nimmt auf. Crashen wir einfach mal den Server. So muss es gewesen sein. Oh Mann. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wäre cool, wenn ihr ihn bewerten würdet. Und ja. Lasst ein Like da. Wenn's euch gefallen hat. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Also. Tschö. 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 Tschö.